Christian, wo führst du mich denn hin? Max, komm rüber, hier ist das Auto. Ist das der neue Ford Focus, den wir versteigern? Das ist unser neuer Ford Focus Sportwagen, ja. Wow, der sieht ja schick aus. Hat der tolle Extras? Das wird die Hammer-Auktion, Max. Unsere Kunden sparen über 7.000 Euro. Das Auto hat einen Wert von 32 und wir starten unter 25.000 Euro. Mega. Und Max, komm mal mit, ich hab noch was. Zusätzlich bekommen unsere Kunden noch einen ganzen riesen Kofferraum voller Geschenke im Wert von bis zu 1.500 Euro. Aber Max, das ist noch völlig geheim. Das darf noch keiner wissen.